Weihnachten ist für mich ein Fest der Familie, ein Fest der Freude, aber auch natürlich ein Fest des Friedens. Gerade in letzter Zeit wird der Friede durch Krieg und Terror mit Füßen getreten. Lassen wir uns diesen Frieden nicht nehmen, halten wir zusammen in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde und so ist ein gutes Miteinander zu schaffen. Ich wünsche allen ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2016.